Unser Kurator, ja. Klaus, du kommst auch bitte auch mal, weil der Klaus muss mir ja helfen. Der Klaus ist unser wichtigster Mann hier, der organisiert die ganzen Ausstellungen. Meine liebe Frau, wo hat die sich versteckt? Meine liebe Frau und ich, wir stellen ja nur das Haus zur Verfügung. Und ab und zu, ich bin der Hausmeister, ich muss dann hier für die Ordnung sorgen. Aber der Klaus ist der Mann, der hier die Ausstellungen zusammenstellt. So, und dann hat er uns auch die Bärbel Frank hier angebracht, die uns sehr viel Freude macht, die auch schon mal hier ausgestellt hat. Und wenn man in die Halle kommt, sieht man eine ganz eigenwillige Skulptur. Und eigentlich ist das ein Kunstwerk zum Anfassen. Da soll man also richtig mal reinknuddeln. Denn die Bärbel, die schafft es, nicht nur Kunst für Sehende, sondern auch Kunst für Sehbehinderte zu schaffen. Das heißt auch Kunst, die man mit allen Sinnen erfahren kann. Willst du noch was dazu sagen? Ne, ich mach das schon. Hier vorne Margarete.